Möchtest du das Wettbewerb für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappchen ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigeren Preis als auf der Website. Um das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie einen Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial, deinen Wagen sicher anheben, anzuschauen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Löse dir die Ablassschraube mit einem 13er Maulschlüssel. Und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video Stell deinen Auffangbehälter selbst hier an. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Stell den Auffangbehälter darunter, damit das Öl aus dem Filter nicht verloren geht. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 36 mm Einsatz den Ölfilterflensch, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis er sich leicht dreht. Schraube ihn schließlich von Hand ab. Drehe den Filter nach oben, sobald du ihn herausgenommen hast, damit das Öl nicht ausläuft. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stimmen von unseren Vertrauensverdinkenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Löse die Filterkartusche vom Flansch, indem du sie mit einem Flachschraubendreher abhebelst. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubendreher, um die Urindichtung unten am Flansch zu entfernen. Reinige den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und einem Lappen. Nimm dir einen neuen Filter zur Hand. Ersetze die Dichtung mit jener, die sich in der Verpackung des neuen Filters befindet und öle ihre Oberfläche gut ein. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schiebe ihn in den Flansch. Es muss ein Klicken hörbar sein. Schraube den Flansch bis zum Kontakt wieder an. Um ihn gut anzuschrauben, nimmst du dir eine Ratsche, eine Verlängerung und einen 6 und 30 mm Einsatz. Achtung, bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein, was das Anziehen komplizierter macht. Versichere dich darum, dass der Flansch auf dem Ölfiltergehäuse liegt. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 nm eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Ersetze die Ablassschraube durch eine neue und ziehe sie zuerst von Hand an, bevor du sie mit dem Werkzeug endgültig festziehst, aber ohne es zu übertreiben. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schließe den Ölfüllverschluss. Starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wisch ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass es niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!